Okay, es greift zumindest schon mal nichts an. Aber jemand hat ihn angegriffen. Okay, also ist definitiv irgendwer noch hier oben. Lasst mich die Tür öffnen. Was zum... wer seid ihr? Wo ist Davros? Tod wahrscheinlich? Kann ich mit dir reden? Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Davros gemacht? Ach ja, das war der Typ am Anfang. Euer Freund Davros ist tot. Es waren die Falmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein! Sie haben alles ruiniert! Wenn Davros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Was hat es mit diesem Kristall auf sich? Ich glaube, den haben wir vorhin gefunden. Das ist dieser Kristall. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Davros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Davros musste alles nach Sirodil zurückschaffen. hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Und wofür genau ist der Kristall gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir, auch wenn Davros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synoden-Angelegenheiten können nicht darüber reden. Synoden hört sich an wie eine Krankheit. Ähm, ich suche nach dem Stab des Magnus. Und ihr? Ach ja? Leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Ich habe zufällig diesen Fokuskristall gefunden. Ist es das, wonach ihr gesucht habt? Ihr habt ihn gefunden? Aber wie um alles in der Welt? Das ist er! Das ist er! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Ich gehöre zur Akademie von Winterfest und bin stolzes Mitglied, obwohl ich kein Magier bin. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr. Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Zum Schluss... Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so wie es steht denn. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie... zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Es war natürlich alles seine Idee. Mhm. Deswegen wusste er auch gar nicht, wie das Ding heißt zuerst. Sowas kennen wir doch schon. Hier! Wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Leg den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir ihn verbrauchen, mein Leid. Fokussiere das Okular. Ich muss erst mal wieder wegkommen. Ah, jetzt. Natürlich, das müssen wir machen. Das kann nicht der Typ machen. Okay. Okay, das drehe ich damit. Okay, ich drehe die ganzen Dinger damit. Okay, kann ich hier...? Kann ich nicht. Aha. Nö, okay. Ich muss also da irgendwie rumdrehen. Ich dachte, ich kann das Ding nochmal drehen, weil ja irgendwie die Strahlen nicht wirklich... Wohl, vielleicht... Moment. Ich hätte mir noch viele tolle Bücher. Frostbiss, Flamme... Okay. Ähm... Das da könnte eventuell... War das das? Ne. Das hier. Hm, Holz? Oh Gott, dauert das lang. So, noch eins. Ne, hält natürlich genau davor an. Natürlich, warum nicht? Wo ist das Ding? Ich sehe es gar nicht. Hä? Ach, da. Ich glaube, in einer Reihe Postchen bringt ja auch nicht so viel. Ich drehe es mal kurz. Das muss doch funktionieren. So kann man damit doch gar nichts anfangen. Komm schon. Der Typ kann es wahrscheinlich nichts sagen, hä? Hm? Was soll ich tun? Der Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen, dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Was? Hm, nein. Warte, da müssen wir wahrscheinlich... Wir sind ja sowieso auf der Magier-Mission unterwegs. Oh, dann bin ich doch nichts. Ah! Äh, vor allem möchte ich... warte mal auf dem einen... Flammen, Flammen, Atem. Und jetzt nochmal. Aha, das sieht doch schon besser aus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Mehr? Aha! Okay, das ist, glaube ich, jetzt richtig. Ich glaube, wir haben das Pudelskern erfasst. So, das ist richtig. Also muss das hier noch... Ah, na also. Und jetzt noch das letzte. So, noch eins. Und noch eins. Na los. Yay! Nein! 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 Meine Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Was genau hat denn jetzt Winterfeste damit zu tun? Woher möchte der das wissen? Ach! Okay, das... Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass... Ihr und eure Akademie haben Jahre meiner Arbeit zerstört. Ich habe Freunde und Kollegen an die Falmer verloren. Und ihr wollt, dass ich mich beruhige? Wie habt ihr es gemacht? Magni... Ähm... Ich verstehe nicht, warum ihr euch so aufregt. Seht doch einfach hin! Das hier sollte heller als der Nachthimmel leuchten, und das ist nicht der Fall! Ihr habt ganz eindeutig eine störende Wirkung, oder aber... Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Das werde ich nicht beantworten. Dann habt ihr also etwas gefunden. Ob es nun beabsichtigt war oder nicht, es verspricht einige interessante Resultate. Wovon genau redet ihr? Ihr sucht etwas, nicht wahr? Den Stab des Magnus. Aber selbst wenn ihr versucht, meine Arbeit zunichte zu machen, können wir hier immer noch etwas lernen. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Nabyrinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Sirodiel zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Das kann ich euch versichern. Was würde passieren, wenn wir ihn jetzt töten? Ihr seid schon zu lange hier. Ihr seid verrückt. Bin ich das? Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Der Stab des Magnus befindet sich also in Labyrinthion. Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja. Natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verwerkt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Ich würde ihn zu... Ihr habt, weshalb ihr gekommen seid, nicht wahr? Dann geht wieder zu eurer Akademie zurück. Ich würde ihn jetzt nur zu gerne abschießen. Ihr habt, weshalb ihr gekommen seid, nicht wahr? Dann geht wieder zu eurer Akademie zurück. Ich habe dich doch noch gar nicht abgeschossen. Ich möchte mal was austesten. Wenn ich jetzt speicher... ... 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 Jetzt kann er ja niemand mehr berichterstatten. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee war, aber es war für die Akademie. Okay, jetzt kann ich es leider auch nicht mehr verändern. Jetzt hätte ich ja alle Beweise noch zerstört. Also hier nochmal, ich habe ein Stück gebraucht, um das zu sehen. Das hier oben ist Himmelsrand, also hier dieser Bezirk. Da oben ist die Akademie, da leuchtet es heller als überall anders. Und dort ist etwas anderes, das auch hell leuchtet und das wird der Stab sein. So ist es. Ich wollte es nur noch mal erläutern, weil ich gerade auch ein Stück gebraucht habe, um das zu erkennen. Und dann wollte ich es einfach mal sagen. Ich wollte mitteilen, dass ich es erkannt habe. Ja, ich wollte es einfach mal sagen. Ist hier noch irgendwas? Ich wollte mal gucken. Hier wäre doch der perfekte Platz. Nein. Ist ja prädestiniert für eine Truhe gewesen, aber natürlich ist da keiner. Nun gut, wir haben diesen verrückten... Ach, hier war doch Geld. Wir haben den verrückten von seinem Leid erlöst. Äh... Hm. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr Fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Ja, danke. Das ermutigt mich ja voll, dass du mir das sagst. Ich geh schnell zur Akademie zurück. Bep, 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 bep. Ob ich jetzt noch irgendwas anderes vorhätte? Ich meine, ich verfolge ja die Questreihe gerade. Das muss er ja wissen, wenn er uns so verfolgt. Okay, manchmal kann es natürlich auch sein, man verfolgt eine Questreihe und geht dann plötzlich woanders hin. Da gebe ich ihnen schon recht. Also, wo genau sind wir denn jetzt? Oh, ist aber tief. Wie kommt man denn jetzt runter, ohne zu sterben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der offizielle Weg ist, aber egal. Wir müssen ja theoretisch nach Norden. Wir hätten vielleicht in die andere Richtung runtergehen sollen. Oh, geiler Ausblick. Sieht schon schön aus, das muss man mal sagen. Wo genau ist der Mond? Schade, sieht man heute gar nicht. Ich hätte gedacht, wir haben vielleicht wieder einen Doppelmond oder einen Dreifachmond. Oder wie viele Monde es ja eigentlich überhaupt geben kann, das weiß ich gar nicht. Hätte aber diesen Moment noch viel schöner gemacht, wenn wir noch den Mond dabei gehabt hätten. Aber gut. Nie kann man sich auf den Mond verlassen. Wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Und ansonsten... immer. Hm. Hallo? Ich habe hier doch gerade... Felsenmoorhang. Ist doch gerade jemand langgerannt. Hm. Beschwörer Novice. Tschau. Wenn die hier so wild rumrennt und Feuer macht, ist es kein Wunder, dass sie abgeschossen wird. Das sollte sie mal lernen. Jetzt wird sie das nicht mehr lernen, weil jetzt ist sie ziemlich tot. Wo müssen wir denn lang? Ich muss mal kurz gucken. Ja, nach Norden ist ein guter Plan, aber wie wäre es, wenn wir mal eine Schnellreise kommen? Wir sind vorn runtergelaufen, da können wir jetzt auch nach oben reisen. Da ist ja wieder der gleiche Weg. Da ist langweilig. Und eigentlich möchte ich nur ein bisschen Zeit sparen, damit wir mal ein bisschen in der Story vorankommen. Dieses Laufen, äh, dieses Laufen vor allem. Das Laufen ist schon schön, mal so zwischendurch, aber es nimmt halt auch immer sehr viel Zeit ein. Und dann guckt man mal da noch und dann muss man dort noch campen. Dann muss man da mit jemandem reden und muss da jemanden töten. Und dann zieht sich das immer noch der Drache. Ehrlich? Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.